Die Reduzierung komplexer politischer Sachverhalte auf ein einziges Thema, in der Regel bezogen auf eine Minderheit im Land, ist ein tradiertes Mittel des Faschismus. Das haben wir heute erneut vorgeführt bekommen. Die Migranten sind an allem schuld. Eine ähnliche Diktion hat es in diesem Hause schon einmal gegeben. Und ich finde, es ist Zeit, dass die Demokraten in diesem Lande sich gegen diese Art der rhetorischen Aufrüstung, die am Ende zu einer Enthemmung führt, deren Resultat Gewalttaten auf den Straßen ist. Es ist Zeit, dass die Demokratie sich gegen diese Leute wehrt, Herr Präsident. Applaus Applaus Herr Präsident! Die Zwischenfrage, die ich stellen wollte, bezog sich auf eine Äußerung des Herrn Gauland, das Zeichen des Hitlergrußes sei unappetitlich. Das Zeichen des Hitlergrußes sei eine Straftat, die strafrechtlich verfolgt werden muss. Applaus Die Art der Rede, die wir hier gehört haben, noch einmal die Eindimensionalität komplexer Strukturen im 21. Jahrhundert, Die Reduzierung auf ein einziges Thema. Das ist ein Stilmittel, das bekannt ist. Das wird kombiniert, Herr Präsident, ich bin sofort fertig. Es wird kombiniert mit Aussagen wie, das tausendjährige Reich sei ein Vogelschiss. Herr Gauland, die Menge von Vogelschiss ist ein Misthaufen und auf den gehören Sie in der deutschen Geschichte. Applaus Vielen Dank. Applaus 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 Applaus